Ja, ist schön. Ja, der ist schon warm. Genau. Nein! Liegt noch. Oh Gott. Jetzt geht er da rein. Nein! Ich will da nicht rein. Du bist ein Rabenvater. Ich will nicht in den Ofen. Moin Leute. Herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Who's Your Daddy und ich begrüße Miniel. Papa. Miniel? Miniel, hier liegt Kacke auf dem Boden. Hä? Und hier war eben gerade auch noch ein Hund. Papa, komm noch her. Hä? Miniel? Warte, ich komm zu dir. Sohnemann. Wo bist du? Oh, oh. Du siehst so bescheuert. Du bist gerade da reingeschossen. Krallern. Krallern. Nein, komm her. Warte, lass mich noch einmal runter. Okay. Also, Leute, falls ihr nicht wisst, worum es bei diesem Spiel geht, ich muss aufpassen, dass mein Kind ja praktisch sich nicht umbringt. Und ich hatte doch hier irgendwo einen Hund. So, du kommst mal mit. Komm mit. Da habe ich ihn in der Hand, Alter. So. Bester Vater. Endlich kann ich auch mal Vater sein. Hey, hier war doch eben noch... Guck mal, siehst du die Pupu? Irgendwann runter. Guck mal, guck dir mal. Hier liegt Kacke auf dem Boden. Miniel, guck dir die Kacke an. Iiii. Warte, ich will rein. In den Pool. Ja. Nein. 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 Es reicht schon, dass du Kacke gegessen hast. So, komm mit. So, ich schmeiß ich im Pool. Mir geht es nicht so gut. Guck mich mal an, ich müsste eine andere Farbe haben, oder? Hast du dich gerade losgerissen? Ja. Wo bist du? Miniel. Wo bist du hinten? Hier im Pool. Hier im Pool. Komm zurück. Oh nein. Du erfrierst, oh Gott. Oh Gott. Ja, ich mach dich wieder warm. Oh nein. Oh nein. Nein, du bist wirklich grün. Warte, warte. Ich sterbe. Heil mich doch. Ja, was soll ich denn? Ich weiß doch nicht, wie ich dich heilen soll. Bitte. Du so weh. Nein. Reiner mit dir, los. Mach an. Oh nein. 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 Oh Gott. Hilfe. Ja, warte, ich komm gleich wieder. Oh nein. Ich such ganz kurz das, womit ich dich heile. heilen kann. Das ist ein Taka. Nee, das ist falsch. Womit? Hä? Hol ne Pille, hol ne Pille. Ja, warte, warte ganz kurz hier. Oh, ich bin tot. Nein. Mein Baby. Ich bin schrecklicher Vater. Ja, ne einzige Schande. Aber warum bist du grün, weil du die Kaki gegessen hast? Ja, ja und das Spülmittel. Wann hast du denn das Spülmittel getrunken? Oh nein. Hä? Ohne Mann. Komm her. Ah, ich bin nicht. Zack. Komm mal her. Oh, nein. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Nee, nee. Du kommst jetzt mit. Oh Gott. Mir wird schlecht. Du kommst jetzt mit. Oh Gott. Weißt du, ich zeig dir mal was. Ja, Mann. Ich kann mich nicht bewegen. Na, warte. Hast du mich gerade runtergeworfen? Nee. Ich kann mich doch irgendwie befreien. Nee, pass auf. Ich mach dich frei, ja? Menje, lässt du mich ganz kurz mal los? Ja. Wie geht denn das? Oh Gott, du bist der schlimmste Fall. Geh da mal rein. Geh mal da ins Wasser. Okay. Mach dich sauber. Ich mach mich sauber, Papi. Ja, der links. Papi, ich komm doch nicht hoch. Doch, doch, hier. Ah, danke. Schön, noch ein bisschen Seife essen. Ja. Oh, oh. Oh. Ich hab dich sauber gemacht. Ja, tatsächlich. Ich bin komplett sauber. Oh nein. Danke. Turn off. Was? Vor allem, wie schnell. Ja, Rematch. So, warte. Ich will jetzt den Hund sehen. Da gab's einen Hund. Das hab ich mir doch nicht eing... Hä? Warte mal ganz kurz, bevor du irgendwas machst. Hey. Hä? In der ersten Runde war doch hier ein Hund. Das kann doch nicht wahr sein. Den hab ich mir doch nicht eingebildet. Ist der hier draußen? Hat der eine Hundehütte? Hallo? Hallo. Hundi, Hundi, bist du da? Hallo, Papa. Ich geh ein bisschen spazieren. Nein, Tür zu. Ich hab gesagt, Tür zu. Nein, 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 okay, okay, okay. Okay, Frieden. Ja, Frieden. Okay. Menjöl. Ja? Ich seh dich da unten. Das ist so creepy, dieses komische Tier. Komm hier rein. Ach, was denn da? Nein, da ist nix. Meine Hand ist da. Nee, das kannst du doch nicht machen. Doch. Nicht wieder auf den Ofen. Nein. Du fährst heute Auto. Oh, was? Ja, ja, komm hier rein. Komm, spiel rein. Ui. Ja, sehr gut. Und jetzt? Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich sperre dich einfach ein. Hä? Hallo? Hallo? Hilfe! Hilfe! Ja, scheiße gelaufen. Das passiert, wenn man böse ist. Ich fand dich böse. Äh, ich... Menjöl! Achso, ich hing gerade fest. Wo befülle ich den denn? Menjöl! Unter dem blöden Auto! Nein, zippt nichts von dem Gasolin! Oh doch! Bist du vergiftet? Vielleicht. Nee, ich kann das ja auch nicht öffnen. Bist du schon wieder hier weg? Ja, mich findest du nie. Ja, 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 ja. Ja, ganz hier. Und da, und da, und da. Ja! Wo bist du? Ich bin in meinem Auto. Hä? Oh ja, ich hab einfach ein bisschen Farbe getrunken. Ja, guten Tag. Nein! Komm jetzt, ich muss dich retten. Oh, mir ist so schlecht. Warte, oben sind die Pillen. Bestimmt. Oh nein, er weiß es. Ich hab das Baby noch in der Hand. Ich bin schon grün. Alles grün, ja. Nein, nein, nein. Wo ist es? Nein, 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 nein. Hier muss das Badezimmer sein. Wo ist denn das blöde Badezimmer? Nein! Hier ist aber auch nix. Oh Gott. Baby! Du hast irgendeinen Laser aufgehoben. Was hab ich denn da, Alter? Ey, normalerweise hat man doch hier immer was. Äh, die Hilfe! Was denn? Ja, Hilfe! Ja, du hast so einen blöden Laser. Nimm den Laser aus der Hand. Nee, das ist kein Laser. Warte, kann ich dich grabben? Ein Teleporter. Grab the Power Outlets. Da, grab Pill! Nuke that Pill. Wie nuke that Pill? Ja, du weißt aber nicht, wo ich bin. Hier ist aber wieder Kacka. Hier muss der Hund gewesen sein. Ja. Ja. Mal Rematch. Jetzt wird, ich werde das beste Baby der Welt. Vertrau mir. Ich habe nämlich, ich hätte eigentlich eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ja. Ich liebe Geschenke. Ja, warte. Okay. Gib's dir. Komm mit. Komm mit. Hä, wieso startest du denn immer da oben? Ui, ich lauf hoch. Oh Gott. Oh Gott, ist das schlimm. Ja? Nein, pack mich nicht in den Ofen. Nein, Benni, pack mich nicht in den Ofen. Okay, dann um drauf, ja? Okay. Aber röste mich bitte klusprig, okay? Mach ich. Hier. Hä, du musst da selber. Was? Ich kann dich da nicht ablegen. Mann. Hallo? Das ist der schlimmste Vater-Simulator der Welt. Lass mich in Ruhe. Ich will dich doch fallen lassen. Hallo. Ja, links. Ich... Nein. Liegt noch. Oh Gott. Jetzt geht er da rein. Nein. Ich will da nicht rein. Du bist ein Rabenvater. Ich will nicht in den Ofen. Dann sag ich dir mal was anderes. Komm jetzt. Was denn? Rein wieder. Okay, okay, okay. Ich komme ja. Hä? Na, pass auf. Na? Was machst du mit mir? Wo bin ich? Nein. Hä? Im Wasser. Ich will nicht. Lass mich los. Lass mich los. Ich sterbe. Ich sterbe. Hey, wo bin ich? Kind? Das war doch nur ein Spaß. Was? Ey, hoffentlich ist der Hund jetzt mal hier. Okay. Ja, wir suchen den Hund. Weil der war tausendprozentig da. Hier war ein Hund. Oh, ich bin ein Baby. Ja, stimmt. Soap, bleach. Ich gucke mal ganz kurz vorne. Ja. Hier ist tatsächlich ein Laser. Das ist ein Laserstrahl. Draußen. Warte, warte. Ich hole dich. Es liegt hier einfach ein Bild. Hä? Wie bist du denn rausgekommen? Heliporter. Miniel. Bitte. Oh, ein Hammer. Ich habe ein Hammer gefunden. Ja, hier liegt irgendwie... Ah, hier ist ein Kescher. Kann ich den nehmen? Komm mal runter in die Küche. Alter, was ist das denn? Ich habe ein Geschenk für dich. Okay. Schon wieder. Hä? Oh Gott. Komm mal, hier links neben dir. Hinter dir. Wo? Hier eine Steckdose. Beim Eingang links direkt. Also von außen. Ach da, hallo. Was? Wieso? Geh weg von der Steckdose. Ich dachte, das geht. Ey. Weg von der Steckdose, habe ich gesagt. Hilfe. Hilfe. Hier kannst du rein. Was? Kann ich... Oh, da. Nein. Danke für die ganze Bleach. So. Nice. Du kommst... Oh, guck mal, ey. Was ich alles machen kann. Ich bin schon vergiftet. Ich kann dir komplett alles... Nein. Ja, dann nehme ich die Pillen. Hier ist doch eine Pille. Oh nein. Grab Pillen. Nein, nein, nein. Ich will das nicht. Ja. Komm her. Mann. Aber wie kann ich... Ja, dir geht es wieder gut, oder? Nee. Immer noch grün. Hä? Aber ich habe dir doch eine Pille gegeben. Wasse? Ja. Ich habe die aufgehoben. Ah ja. Ja, es geht mir besser. Ja. Ich sehe immer noch komisch aus. Aber ich bin ein Supervater. Ey, dieses... Menil, ich mache meine komplette Wohnung kaputt. Ich habe diesen scheiß Kescher. Ja, ich sehe es. Pull all the dishes away. Okay. Komm mit. Pull all the dishes away. Oh, da ist so ein bisschen Bleach. Nice. So, all the dishes away. Hier. Zack. Was machst du denn da? Ich soll hier die Sachen ein... Hier sind nochmal Pillen. Nee, noch ein bisschen nicht lieber. Oh, lecker Batterien. Nein. Du sollst die Pillen nehmen. Ah, warte jetzt. Gibst du dir. Ja, ich habe sie dir gegeben. Ja? Ja, das hat... Du bist Oxygen... Temperatur... Ja, du hast nur noch 25% Leben. So. Aber ich glaube, ich habe hier Pick up the Plate. Aber wo packe ich die denn hin? Hier rein? Oh, das ist ein Apfel. Nein, das ist kein... Das war kein... Hier. Ah, was leckeres zu essen. Hier. Sushi. Hm? Wo bist du? Oh Gott. Nein. Raus aus dem Ofen. Mann, mir ist kalt. Ja. Dann ist mir doch egal. Gib mir mal einen Apfel, bitte. Mann, wie sieht denn mein Haus aus? Bitte. Ja, da unten ist ein Apfel. Nur ein Apfel, ja. Gib mir den mal. Warte, ich springe hier drauf und ich lasse dich los. Nee, du musst mir den selber geben. Achso, ja, habe ich. Doch, die Banane steckt in dir drin. Hilfe. Oh Gott, ich habe Blähungen. Hilfe. Hilfe. Was denn? Was passiert mit mir? Dir geht's gut. Ja, ich habe eine Banane hier liegen. Hier, grab, use banana and baby. Ja. Warte, ich habe auch was Besseres. You pick up meat container. Hier. Raw steak. Jawoll. Was? Du hast gewonnen? Daddy wins. Daddy wins. Perfekt. So, meine Damen und Herren. Das war es mit einer kleinen Spontanrunde von Who's Your Daddy. Wenn ihr Bock habt auf mehr, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play vorbei. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.